Moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 24. Ja, in der letzten Folge sind wir ja leider ausgeschieden in der Europa League gegen Manchester United. Was will man machen? Als nächstes spielen wir gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt wollen wir langsam unser Chappets-Siegplatz festigen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben sieben Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Gegen Freiburg haben wir ja 3-0 gewonnen. Und jetzt wollen wir natürlich auch weiter gewinnen. Fünf Spiele sind noch in der Bundesliga. Außerdem sind wir ja auch noch im DFB-Pokal. Da spielen wir gegen Borussia Dortmund. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was wir dort reißen werden. Abwarten. Training, habe ich das jetzt schon eingestellt? Ja, habe ich schon. Hat sich da irgendwas geändert an der Intensität? Also von den Leuten können die da ein bisschen intensiver trainieren. Ja, hier der Schultz zum Beispiel. Der kann jetzt wieder auf normale Intensität. Der ist schon mal ganz gut. Der Dama kann das auch. Sehr schön. So, der Dardai, der ist ja leider verletzt. Zwei bis vier Tage. Der fällt nur einen Tag aus der IWZ. Gut, gut, gut. So, das ist unsere zweite. So, Entwicklung von Susash. Susash. So, zuletzt positiv. Dann geht es auch natürlich positiv weiter. So, der nimmt wieder leichtes Training auf der IWZ. So, Rennen in der Koeffizientenwertung. Ne, Koeffizientenwertung. So, geht in die heiße Phase. Ja, Deutschland auf eins, Italien auf zwei, dritter Spanien, vierter Deutschland, fünfter Frankreich. Ja, das ist Deutschland halt nicht so gut gerade, ne? Na ja, was willst du machen? So, gucken wir mal hier wieder. Ne, ob sich wieder was geändert hat. Sieht aber, glaube ich, nicht so aus. Ich denke mal, die meisten haben immer noch halbe Intensität, was die machen müssten. Ja, sieht auch immer so aus. Von daher, da wird sich auch nichts ändern. Alles klar. Na gut, wir haben noch den gleichen Tag, ne? Davon ab. So, Dortmund muss gegen Schalke in der Bundesliga. Gucken wir mal das Spektakel nochmal hier an. Also mal gucken, wie das Ergebnis aussieht am Ende. So, bei Ibrahimovic. Ich habe ja gesagt, wegen Kaderplanung gucken wir mal. Das war das wahrscheinlich, ähm... Ja, ich werde wahrscheinlich das nach dem Düsseldorf-Spiel, beziehungsweise nach dem Dortmund-Spiel, das so ein bisschen machen. Ne, dass wir da unseren Kader schon ein bisschen planen. Obwohl, ich sag mal so, wenn wir jetzt verlieren sollten und Leverkusen gewinnt auch, da müssen wir doch die Planung ein bisschen nach hinten schieben, weil ich sag mal so, wenn wir jetzt, äh, dieses Spiel gewinnen und Leverkusen verlieren, dann sind vier Spiele, aber zwölf Punkte sind da, also das sind zwölf Punkte. Wir hätten einen Vorsprung von 10 Punkten, also das wäre schon, da müsste er schon echt mit Dingen zugehen, dass wir dann nicht in der Chappets-Sieg kommen, deswegen gucken wir mal. Auch wenn wir gewinnen und Leverkusen gewinnt, ich glaube, das werden wir da trotzdem machen, wenn wir trotzdem für die Chappets-Sieg planen. Ähm, genau. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Boah, Dortmund gewinnt 7 zu 1 gegen Schalke. Haus hochgewonnen auf jeden Fall. Naja, bitter, bitter halt, ne? Für Schalke zumindest. So, Hoseini macht ein Tor. Sehr schön. Freut mich für ihn. So, wir warten bis zum nächsten Tag, zu dem Samstag ab. So, Aufstellung. Ja, machen wir jetzt noch nicht, machen wir gleich. Während der Spieltag ist. So, der kann auch wieder normale Intensität. Sehr gut. Ähm, wer noch? So, Nihuis kann es auch. Rodrigues noch nicht. Der war ja, glaube ich, nicht zuletzt. Kurz. Ich glaube, der ist kurz, ich glaube, eine Woche oder so. Eben hier so um den Dreh, war der. Mannschaftssitzung abheilen. Mit dem Schalke, mit Europa League, hallo. Will in die Shepard Sieg. So, bin angespornt. Jugendabteilungsleiter zufrieden mit Schermachs Fortschritten. Hm. Alright. Gucken wir mal weiter hier. Aber ich glaube, hier hat sich sowieso nichts geändert, so wirklich. Mä. Nöp. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir bis zum Spiel jetzt, ne? Oh. Ich glaube nicht, dass sich da was ändert jetzt. So, Kirsten berechtigt für einen Profi-Vertrag. Ja, der ist ja 17 Jahre, Junge, ne? Ist auch ein guter Spieler eigentlich. Also, der hat auf jeden Fall schon einiges, ja, so ein bisschen an Marktwert. So, da können wir ja mal ein bisschen gucken. Perspektivspieler, Talentverbot, Durchbruch, Ergänzungsspieler, sofort, ne? Ja, können wir machen. Alles klar. So, boah, da mit den Gehaltserhöhungen, ne? Ich weiß nicht, zählt das, äh, das frage ich mich schon die ganze Zeit, ne? Wegen die Ligaspiele. Ist das gemeint von, äh, in der ersten Mannschaft, ja, ne? Ich meine, ja. Dann machen wir mal so. Können wir doch so machen. Ja, akzeptiert der auch. Sehr gut. Gut. So, die U19 gewinnt erstmal gegen Union Berlin U19. Sehr schön. Sind auch auf dem 5. Platz. Also, die mausern sich schon weiter hoch jetzt. Die 2, äh, die U19. Ist auch schon mal ganz nice. So, Bremen gewinnt Einzug gegen Braunschweig. 278 Minuten gespielt. Für den Club. Für Bremen. Ja, wie gesagt, die sind halt ein bisschen platt, ne? Die Jungs. Deswegen, äh, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, äh. Die WZG macht halb, weil er ja aus der Verletzung kommt. Okay. So, Augsburg muss gegen Gladbach, Hertha gegen Frankfurt, WM Wiesbaden gegen Leipzig, Hoffenheim gegen Mainz und Bayern gegen Union Berlin. Ja, mal gucken, können wir die da reißen, die Mannschaften. Unsere zweite muss gegen Aue. Daran. So, Augsburg gewinnt 2-0 gegen Gladbach. Hertha spielt 2-2 gegen Frankfurt. WM Wiesbaden verliegt 0-4 gegen Leipzig. Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Mainz und Bayern gewinnt 3-0 gegen Union Berlin. Wien. So. Stand der Dinge. Ja. Sogar Frankfurt könnte uns noch einholen. Aber außer wir gewinnen jetzt, ne? Dann sind wir auf jeden Fall mindestens schon mal 5 da. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm. Unsere zweite verliert 2-0 gegen Aue. Schade. So, Kohl hat 8 Minuten gespielt. Moe hat 11 Minuten gespielt, ja. Wie gesagt, die werden auch bei den Klubs nicht glücklich, um ehrlich zu sein. Aber, naja. Wie gesagt, war halt ein Fehler, den Kohl da wegzureißen. Aber, wie gesagt, ich dachte erst, ähm. Ähm. Das. Hier sag mal schnell. Dass der Kohl, äh. Dass wir den doch brauchen. Aber, ja. Dann haben wir ja doch den Ibrahimovic noch bekommen. Weil erst waren wir ja an einem anderen Spieler dran. Der hat dann abgesagt. Und dann. Ach, wie war das nochmal? Das ist auch egal. Ähm. Spieler der Woche. Jo. Ich bin noch gar nicht gespielt. Kannst du da schon Spieler der Woche sagen? Dortmund. So, Leverkusen muss gegen Köln ran. Wir gegen Düsseldorf. Freiburg gegen Wolfsburg. Ähm. Mal gucken, was Leverkusen macht. Also, wenn die verlieren sollten. Schon ganz gut eigentlich. Aber, wenn wir ja jetzt sehen, ne. So, Gerkerts hat beim 3-0 Niederlage 90 Minuten gespielt. Weil ich bin in der 2. Bundesliga Stuttgart, ne. Fran Breyderode auf dem Weg zu Lyon. Ah ja. Wie gesagt, ey. Wir müssen sowieso gucken bei unserem Kader. Wo wir da Angebote kriegen und so. Kann auch sagen, das war erst am Anfang der Saison. Ähm. Also, am Anfang der nächsten Saison. Dann erst planen können. So richtig. So, Buchmann. So, das ist noch nicht 100%. Ne. Ja, überall haben wir hier was, ne. Aber wem jetzt eh das Spiel, ne. Von daher lohnt sich dann sowieso da nichts zu ändern. So, Dardai. Der ist halt noch verletzt, ne. Deswegen kommt der da mal rein. Der kommt aber mit, ne. Der ist jetzt nicht ganz fit, aber. So, Williams kommt auch mit. Äh, für den Bierleck. Der Bierleck, den stellen wir wieder für die zweite Mannschaft zur Verfügung. So. 90 Minuten. Alles klar. Reis, da haben wir nie wo ist. Ja, ja, ja. Ja, müssen wir hier gucken, ne. Gondre ist zum Beispiel nicht fit, ne. Da kommt der Williams rein. Ähm, ja. Ja, Oliveira ist auch nicht ganz fit, ne. Das ist jetzt der Haken. Ähm, Reis ist auch nicht fit. Da könnt ihr denn da noch spielen, ne. Clemens, Nihuis. Schwierig. Der Rodrigues ist auch nicht fit, ne. Wenn, dann brauchen wir die für den DFB-Pokal auch, ne. Deswegen spielt der Quanzara so ein bisschen. Im Sturm. Wie gesagt, der Oliveira ist nicht fit, der Reis ist nicht fit. Das ist natürlich blöd, ne. Zur Not kann Ibrahimovic da noch spielen. Sollen wir das mal machen? Ja, komm, dann spielt der für Reis. Obwohl, kann er auch. Zentrale, wartet. Ne. Tauschen sie die Plätze. So. Machen wir das so. Oh, Köln gewinnt 0 zu 1 gegen Leverkusen. Das heißt, mit einem Sieg, werden wir auf jeden Fall mit einem Beinturm in die Schäpitz-Sieg. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, wir sind dann in der Qualifikation. Dementsprechend. So, Köln gewinnt. Sehr gut. Richtig gut für uns auf jeden Fall. So. Anweisungen. Offensiv können wir machen. Lange Abschläge. Vorsichtig bei Zweikämpfen. Ja. Alles klar. Ja, der Dame und der Ibrahimovic, das sind so nicht die Position, die sie lernen. Genauso wie der Williams. Der lernt, glaube ich, auch für linken Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Konzara fehlt es an Spielpraxis. Aber, ja, die bekommt er ja jetzt, ne? So. Let's go. Gegen Düsseldorf. Die ja eigentlich ganz gut in der Saison gestartet sind. Andreas Hinke ist der Trainer, auch krass. Ein ehemaliger Außenverteiger. Der war früher in Stuttgart. Sevilla. Davor weiß ich nicht, falls er noch woanders war. Ja. Wie gesagt, Düsseldorf gut gestartet in der Saison. Jetzt auf Platz 13. Na, die standen erst mal vorher oben. Na, aber die Anfangs-Euphorie halt, ne? Gut, Anstoß. So, dann schauen wir mal weiter, ne? So, erstmal hat er gut geklärt. So, jetzt vielleicht mal eine Chance. Buchmann. Ibrahimovic. Wieder der Buchmann. So, Dama. Olivera. Ferai. Dama. Blanke. Brederode kriegt er nicht. Williams. Ihois. Jetzt kommt Dama. Ah, schießt den drüber. Drüber und vorbei. So, Mittelstädt. Schwiert hier bei Düsseldorf. Aber ich denke mal nicht, dass die hier absteigen werden, die Düsseldorfer. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, die bleiben hier in der Liga. Die bleiben in der ersten. Oh, Foul. An Ferai. Von Engelhardt. Gibt aber keine Karte. Jetzt eigentlich, wäre eine Karte würdig gewesen. Aber gut. So, Williams jetzt mit dem Einwurf. Ibrahimovic. Buchmann. Langer Ball auf Brederode. Jetzt vielleicht. Brederode. Ah, Kastenmeier. Bekommt die Hände dazwischen. Und Ferai jetzt mit dem Eckball. Na, schade. Kastenmeier hat den. So, jetzt wieder Eckball. Dahmer. Komm schon. Flanke. Nihoi ist jetzt. Ferai. Ja, schade. Ja, Chancen bekommen wir auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt nicht so viele waren. Drei Schüsse waren das bis jetzt. Na, jetzt kommt Düsseldorf mit Dordovic. Pioa. Flanke. Boah, Skarka mit dem Konflikt. Laufball. Skarka oder Starke. So, ich hätte es nicht richtig gesehen. So, ernst. Dahmer. Jetzt vielleicht. Ferai. Komm. Auf Quanzara. Und der macht die Bude. 0 zu 1. Jawohl. Sehr schön. Der Quanzara. Oh. Jetzt sah so aus, als wenn er sich verletzt hätte oder so. Sah so komisch aus. Ferai mit der Vorlage auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Quanzara, der ist auch ein guter Stürmer. Auf jeden Fall. Mit Isch, der kriegt die gelbe Karte. Dahmer mit dem Freistoß. Der schießt. Ja. Rechts vorbei. Ähm. Ja, wie gesagt. Der ist ein guter Fußballer auf jeden Fall. Äh. Nur halt, der bringt nicht konstant seine Leistung. Das ist halt. Die Makel bei dem. Aber der war jetzt auch länger verletzt, ne. Das muss man auch jetzt so sehen. Aber, wie gesagt. Der kommt zurück und macht direkt die Bude. So, Ferai jetzt nochmal. So, Ibrahimovic schießt aus der zweiten Reihe. Aber leider drüber. Wenn einer das kann, dann Ibrahimovic auf jeden Fall. Aber Reis kann dann auch. So, Appelkamp. Jetzt hoher Ball. Ja, Kwanzara köpft den raus. Aber halbherzig. Da kann natürlich auch noch ein Tor passieren. Wenn man so gute Spieler hat, die aus der zweiten Reihe schießen können. Aber Düsseldorf hat er bis jetzt vier Schüsse, aber noch kein aufs Tor. Also die schießen und schießen. Oliver hat fast alles, hat anscheinend alles gezeigt. Ja, das Problem ist, wir können da nicht wechseln. Können wir schon. Ähm. Naja. Wir gucken mal. Zweite Hälfte. Ab geht's. So, ein Wurf Williams. Dahmer. Oh, abgeblockt. Schade. Wäre sonst eine richtig gute Chance gewesen. Ich glaube, der wäre sogar aufs Tor gegangen. Noch Clemens, Nihois, Ibrahimovic, Williams. Brederode. So, Brederode. So kann es gehen. Eieieieiei. 1-1. Muss doch nicht sein, Leute. Ibrahimovic auf Bredarode. Quanzara. Bredarode. Ja, Ibrahimovic. Und der macht das 1-2. Jawohl. Sehr schön gemacht. Arion Ibrahimovic. Sehr gut. So, erstmal die Mannschaft loben. So, Einwurf Oliveira. Da mal. Ferai. Immer noch. Zu zentral auf den Keeper. Auf dem Kastenmeier. So, Ferai jetzt nochmal mit dem Eckball. Ohrball. Ja, Kastenmeier kommt da raus und hat den. Auf dem Mikrofon sind ein paar Fusen. Oder Haare. Beziehungsweise von der Ketze. So, Williams. Dana. Ferai. Manzara. Tanaka holt sich den Balz. Wunarek. Blank. Joa. Ja, Skaka ist der genau. Kopfball. Aber zum Glück nicht drin. So, wir wechseln jetzt mal langsam aus. Ja, sind hier alle platt, ne? Oliveira, der kommt raus. Williams kommt dann auf der Seite von Oliveira. Gondry kommt dann rein. Oliveira. Chulinov kommt dann für... Mederode. Da machen wir erstmal so. So, Ferai. Schön. Chulinov. Ha, bekommt der nicht mehr. Schade. War sehr gut gemacht, Chulinov. Chulinov auf Ferai. Ja, man schießt einfach mal. Schade. Rüber. So, wir wechseln mal aus. Mike kommt für Buchmann rein. Schulz kommt für Niehoes. Nur ein Wechsel haben wir dann noch. So. Ja, da haben wir wechseln wir glaube ich auch gleich aus. Dann packen wir wirklich den Reis rein. Na. So, Eckball für Düsseldorf. Ja, ernst hat den. Sicher. Anscheinend ist ja das Highlight nicht vorbei. Quanzara. Na, bekommt der nicht. Da mal Chulinov. Ja, sehr gut. Ferai, Ferai. Macht den Deckel drauf. 1 zu 3. Jawohl. Das müsste eigentlich schon den Sieg bedeuten. So, wir wechseln jetzt noch mal aus. Wir sagen, der Reis kommt für, ja, da mal rein. Ja, genau. Machen wir so. Nur 8 Minuten sind noch. Gondry jetzt. Mit dem Einwurf. Chulinov. Gondry. Wieder Chulinov. Chulinov. Aber leider haut er den Ball drüber. Schade. Schade. Ich würde auch sagen, wir spielen jetzt eher ausgewogen. Können wir ruhig umsetzen. Ein paar Minuten. Flankenfrüh schlagen, glaube ich, war das. Passiert nicht mehr viel. Nochmal Einwurf für Düsseldorf. Ernst hat den Safe. Und, ja, der Schlusspfiff ertönt. Und wir gewinnen 1 zu 3 gegen Düsseldorf. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, damit können wir auf jeden Fall für die Champions League planen. 10 Punkte Vorsprung haben wir. Ich denke mal nicht, dass da was anbrennen wird. Wie gesagt, entweder müssten wir zwei Spiele unschienen spielen, dann ist das safe. Oder wir müssten einen Sieg holen, dann ist das auch safe. Der vierte Platz mindestens. Wir können auch höher kommen. Hier Dortmund und Leipzig. Die sind euren Schlagdistanz. Wolfsburg gewinnt erstmal 0 zu 1 gegen Freiburg. Ja, ist ja auch gut dabei. Düsseldorf jetzt weiterhin auf 13. Absteigen könnten die aber auch noch. Neun Punkte. Ja, okay. Aber glaube ich nicht. Wie gesagt, da müssten die auch jetzt alle Spiele verlieren. Plus, dass die anderen alle gewinnen. Also, ich denke mal nicht, dass das so wirklich passiert. So, Riedewald, Mantel. Die spielen dort. Das ist gut. So, wir sind auch immer safe für die Europa League qualifiziert. Da kann man auch immer, ja, das ist sowieso. Tun wir mal ein Fitnessbedenken, mal Buchmann. Aber ich könnte eine Pause verbrauchen. Der könnte eine Pause gebrauchen. Alles klar, dann kriegt er auch wahrscheinlich eine Pause. So, Ticket. Ja, lösen wir. So, Königsdorfer. Beim 1,1, 16 Minuten gespielt. So, Buchmann. Er bekommt jetzt erstmal ein paar Tage Pause. Ne. Ähm, kein Training. Machen wir zwei Tage. Das müsste passen. Äh, ja. Die anderen. Schauen wir mal. Dann machen wir erstmal hier die Intensität. Ändern. Und dann schauen wir mal weiter, ne. In der nächsten Folge dann. So, halb. Auch halb. Aber der ist halt Kondition nicht so richtig auf der Höhe, ne. Also der ist sehr schnell kaputt, auf jeden Fall, der Buchmann. Ne. Klar, der wird sehr oft eingesetzt auch, ne. Aber, ja. Trotzdem. So. Oh, okay. Dann machen wir nochmal ein bisschen. Obwohl, ja, wir spielen schon am Mittwoch. Oder am Dienstag. War das jetzt Dienstag am Mittwoch? Gut. In diesem Sinne, liebe Leute. Guck mal, das haben wir schon mal geschafft hier. Konfliktion für die Europa League abgeschlossen. Konfliktion für die Conference League abgeschlossen. Zwei Jahre früher als geplant. Drei Jahre früher als geplant. Und das ist mit der Champions League. Die stand nicht, ne. In diesem Sinne, liebe Leute. Also erstmal, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann spielen wir gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Und danach würde ich sagen, gehen wir schon in die Kaderplanung so ein bisschen für die nächste Saison. Das heißt, nächste Folge jetzt gegen Dortmund im DFB-Pokal. Und danach, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich in die Kaderplanung so ein bisschen gehen. Ne, ähm, ob ich dafür eine ganze Folge brauche, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, diesmal möchte ich euch mit ins Boot holen. Ne, was ich da genau alles mache. Weil sonst habe ich das ja öfters mal Offscreen gemacht. Dann hatte ich mir die Spielerei, äh, angeguckt habe. Aber dann machen wir sowieso eine Kaderplanungsfolge. Ja, ähm, genau. In diesem Sinne, liebe Leute, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, Bewerten und Kommentieren nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, auch gerne ein Abo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.